Die Welt sieht so friedlich aus. Es könnte hier so schön sein. Doch als die Vampire vor 500 Jahren die Menschen unterworfen hatten, ist man hier nur mehr sicher. Elena, bitte mach auf! Nein! Geh endlich weg! Ich bin nicht stolz darauf, was wir getan haben. Eigentlich wollte ich niemals zu dem Verdammten dazugehören. Vampire sind einfach schreckliche Kreaturen. Und deshalb werde ich nicht kampflos aufgeben. Ich werde kämpfen. Auch wenn ich dabei sterbe.